Hey Mom, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Du bist noch im Büro. Ich kann's kaum erwarten, euch endlich zu sehen. Mann, bitte sei pünktlich. Versprochen, ganz sicher. Oh, komm schon. Nein, 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 nein. Ich bin immer noch hier, halt. Hallo? Angela, alles in Ordnung? Ich wollte dich nicht erschrecken. Was ist mit meiner Kleidung passiert? Naja. Was wollen Sie? Ich hab dich so oft aus der Parkgarage rausfahren sehen. Ist eigenartig, jetzt neben dir zu sitzen. Oh, bitte, wenn mich einer hören kann. Jemand versucht, mich umzubringen. Fröhliche Weihnachten. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir sind gerade das. Wir haben einen. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Untertitelung des ZDF, 2020